Oh, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähl sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Eridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der Zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nennen sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Geil. Nur noch ganz schnell, der Sound passt an einigen Stellen. Nicht ganz später ist der Spielsound etwas zu leise. Das heißt, das Geballere und so hört man nicht ganz so gut. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Ich habe es versucht, möglichst so angenehm wie möglich zu gestalten. Und euch trotzdem ganz viel Spaß. Wir sind also gerade hier. Was ist das für ein Geld, Clips? 2K Games Presents. Gearbox Software Game. Bei mir ist immer noch kein... Jetzt kommt zwei 2K Games erst. Borderlands 2! Wuhu! Ja, willkommen zu einem kleinen Angezeugt. Mit mir und mit Till. Hallo Till! Hi. Willkommen Kammerjäger. So, ist gerade alles ein bisschen leiser und Till ist ein bisschen laut. So muss das sein. Das ist immer so ein bisschen mit dem Sound ein bisschen seltsam. Nicht persönlich gemeint. So, wie lange geht das denn jetzt hier? Ey, ich will zocken! Ich will töten! Till, sag mal am besten jetzt gerade nichts mehr. Bis das hier vorbei ist. Ansonsten muss ich ständig, wenn ich das schneide, immer leiser und lauter machen. Sonst hört man die Musik nicht. Äh, die Sirene! Dann haben wir hier, äh, Big Boy Busty, a.k.a. Der Aufräumer, a.k.a. Salvador S. Gunsirka. Yeah! Miss Master Yi. Äh, Master Yi. Äh, ja, vor allem Miss. Boah, der Typ ist cool. Hast du schon überlegt, wen du nimmst? Nein, du darfst ja nicht reden. So, schnell. Was, als eine Zahl? And Zero. Okay. Zero as a number. Na, ich kann ja nicht zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, und ihr werdet die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Oh, der ist, ähm, hatte, äh, Sprengstoff dabei. Doof. Äh, endlich. Boah. Bist du, bist du auch im Hauptmenü? Nö. Hat mir explodiert grad der. So. Äh, Spiel beenden. Nein, okay. Gut, also, Optionen müssen wir dann im Spiel nochmal machen. Muss ich nur mal ein bisschen lauter machen. Das war im Hauptmenü, war das alles irgendwie, äh, von der Lautstärke her nicht anders. Bist drin? Kann ich mir einen aussuchen. Okay, ähm, wir sehen, äh, lol, wir sehen sechs Charaktere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Alte ist dazu gekommen, die mit dem roten Haar. So gut. Action, Skill, Death Trap anfordern. What? Schock und Explosivwaffen. Aggressiver Gefechtsraufbold. Bleibt in Deckung und gibt dem Feind nicht den Hauch einer Chance. Aus großer Distanz schießen oder Hälse aufschlitzen. Beherrschte die Zeiten des Schlachtens. Größere Knarren Angriff. Aber eigentlich, glaube ich, ich nehme den ein. Chida hat den rechten Schritt. Wen nimmst du? Gunn-Seerker. Okay. Den nimmst du... Okay, okay, okay. Ich glaube, dann nehme ich hier den, den Assassinen. Oh, da kann man sich in den Kopf einstellen, also. Oder? Actions, Enttäuschung. Aber wo das Geschütz natürlich auch nice ist. Bleibt in Deckung und gibt dem Feind nicht den Haucher einer Chance. Ja, gut, der Sniper war ich ja eh noch nie so. Gut, dann nehme ich hier den Typen. Oh, goll. Schon wieder die Mischung aus geil und cool. Welchen nimmst du? Ich habe jetzt den ersten hier genommen, also den wie... Unten nix. Ja, genau. Ich sehe das, den. Oh, geil, da kann man alles ändern. Okay, gute Sache, Laubfrosch. In nem Stich gelassen. Was nehmen wir denn da? Die rote Brigade! Fate to Blue. Ah, komm, nehmen wir das. Name! Ich nenn mich jetzt einfach Macedo. So, Charakter bestätigen. So, ich bin fertig. Sehr gut. Oh, es wird lauter. Oh, ja. Till steht da schon. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Clubtrap, dein Warte mal, ich höre dich gerade gar nicht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PTP-Stewart-Bot. Aber meine Freunde nennen mich Clubtrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je jetzt ist sie... Oh, ich hab noch was für dich. Oh, geil. Hey, wer? Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht eisig aufgenommen habe. Jetzt ist mit einem Fasse-12-Headsup-Display und einer Mini-Karte ausgestandet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Okay. Oh, gar nicht kann laufen. Oh, warte mal. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Äh, sag mal kurz was. Oh, du bist so leise. Scheiße, warum bist du denn jetzt so leise? Ja, hör doch mal auf zu labern. Es gibt einen Grund, dass du noch lebst und ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, gut, ich mach mal einen ganz kurzen Schnitt. Ich muss mal das irgendwie hinkriegen, dass jetzt hier Till und der Spielstand irgendwie altwegs beide verständlich sind. Also, bis gleich. Ah, hier. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Warte, warte. He, he. So, okay. Also, wir können schon mal tauschen. Ein Till ist einfach winzig. Bist du, also, Guck mal, guck mal den Gniss an. Musst du zu mir hochgucken eigentlich? Oder bist du bei dir? War das ja wie in echt? Ey, war grad, war das ja wie in echt. Okay, ist ein bisschen, ist das Schnee eigentlich hier? Oder ist das ne, was ist das? Ja, das ist Schnee. Boah, ist ja ein bisschen kalt hier, wa? Nee, rennst du in Kurzämt rum? Ja, ne, ich bin hart. Ja, das ist ein kleiner Kerl. Lacht da. Bestimmt. Okay, wir folgen hier einfach mal an dem Claptrap, oder wie er heißt. Ich hab bloß 10 Leben. Ich hab Sparten. Oh, ich kann was öffnen. Oh, geil. Aufnehmen. Oh, das ist weg. Ich hab irgendwas genommen jetzt. Ja. Was war das? Stand da irgendwas? Äh, nein. Oh, jetzt steht die ganze Zeit Easy möchte mit... Oh, nee, jetzt ist es weg. Ja. Oh, ich hab 2 Dollar. Ja! Geld. Geld. Noch irgendwas krasses? Hier hängt voll die Rockbar... Oh, hier, hier oben. Ah, jetzt? Noch mehr Geld. Ja. Aber geil. Oh, ein Lagerfeuer. Ja, Borderlands 2. Oh, geil, ich hab... Äh... Was hab ich denn? Ich hab irgendwas gekriegt. Irgendwas aus dem Klo. Geld. Zu viel Geld. Willst du auch was haben? Ich hab grad... Ich hab grad einen Dollar gekriegt. Ja, hier, guck mal. Wow. Wow, krass. Pistole? Wo? Pistole in dem Schrank. Hier? Nein. Le... Oh. Ah! Ich hab noch nicht mal eine Pistole. Da fielst du eine Pistole im Schrank. Äh. Wir machen da mit unseren Fäusten. Nein! Claptrap! Okay, das war Claptrap. Äh. Ah, ich seh's. Ich seh's. Ahaha. Oh, voll. Meine erste Knabe. Belohnungen. Besorge dir eine Waffe. Du hast nicht so eben 1,5 Meter bewegt. Ey! Vier-Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Hammer, geil. Ich hab eine Knarre. Boah, fett. Hä? Der lebt ja noch. Achso. Sein Auge wurde auch noch... Achso. Ich dachte, dann ist der tot. Ja, Till. Wir müssen uns ja immer mal in diesen komischen... Überall in diesen Schränken mal umgucken. Ja, ich hab grad Claptop abgeschlossen. Waaas? Okay, wir haben beide eine Knarre. Oh, guck mal hier rein. Ey, guck mal hier. Hier gibt's schöne Sachen. Weiß nicht, was das ist, aber... Achso, äh, warte mal kurz. Was, was, was bin ich? Was hab ich denn genommen? Achso. Achso. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich für Waffen habe. Also du bist vor allem der Typ mit Shotguns und so, ne? Du bist so der Nahkämpfer. Ja, ich finde, ja. Und was ich, ich glaub, ich bin so... Oh, oh, was, alter, was, Nero? Ich glaub, ich bin so ein Mischling. Hast du die Chickapod gemacht? Ja. Geil, Geld. Achso. Oh. Haha. Aber ist nur für Männer. Nur, ne, ne, nur für Banditen. Banditen mit Stirnband. Oh, auf Tab ist ne Karte. Tab ist ne Karte. Boah, krass. Oh, komm mal, da sehen wir mich. Hi. Hi. Oh. Sexy Lady. Ja, gut, schauen wir mal. Bis jetzt sind wir nicht ganz so viel auf der Karte zu sehen. Äh, würd ich mal sagen, was sollen wir machen? Oh, hole Claptraps Auge zurück. Oh, wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wo hat sie abhängt? Alter, was hier überall rumliegt. Alter. Ja, Massenannahme, eh gedrückt halt, dann kann man alles aufnehmen. Ich würd mal sagen, wir nehmen einfach mal alles jetzt mit hier. Wir müssen später mal gucken, welche Waffen hat man so. Ich muss nie bei mir nicht mit dem Massen aufnehmen. Alter, was überall rumliegt. Aber ne, 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 ne Waffe wär cool. Was? Noch ne Waffe wär geil. Irgendwie hätte, hätte, hätte es da also. So ein bisschen. Okay, wir schauen mal wieder. Was ist das? Oh, oh, hier ist reisen. Oh, ich bin reisen. Oder wir laufen. Lass mal laufen. Lass mal laufen. Laufen. Gib mal deine Quatsche jetzt schon noch zu öffnen. Ja, so ein bisschen, wa? Wie viel Leben hast denn du? 90. Warum hab ich bloß 77? Weil ich der härtere von uns. Merk schon. Guck mal her, Alter. Rechtlich geschlagen? Äh. Ich glaub, ich hab dich geschlagen. Wie macht man einen Nahkampfangriff? Achso. Oh, lol. Lolololol. Oh, Duell. Wie, wie Duell? Ich glaub, wir müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Aber dann verschwenden wir unsere Munition. Schieß nicht, Till. Ah, unsere Munition. Ich bin leicht, jetzt bin ich eh leicht tot. Okay. Oh, ja, ich kann die hier überlegen. Alles klar. Jetzt hab ich bloß 22 Leben? Wie? Das war ein bisschen doof. Ja, irgendwie schon. Okay, Nack. Oh, nee, ich heile mich. Heil ich mich? Irgendwo. Heil ich mich selber? Warte mal, ich hab jetzt wieder 45. Da ist ne Höhle. Komm mal da rein. Da, da, da. Achso. Ne, ich glaub, man verschwendet seine Munition doch nicht. Ich glaub, das ist... Also, ich glaub, die kriegt man dann irgendwie wieder. Aber ich hab weniger Leben. Na egal, laufen wir doch mal. Irgendwo gibt's auch Gesundheitspacks, glaub ich. Ah, zieh ab, Alter. Boah, da ist er. Da kommt sie. Boah. Ah, kritischer Treffer. So muss dat. Ja. Boah, easy peasy, ey. Boah. Ist all ein Problem hier, ne? Wie bewegt sich denn der Mütium überhaupt ohne Auge? Ja, also, da war einer anderen. Nee. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Geil. Ist nämlich überhaupt auf, was ist denn das hier? einfach nur munition hat man die irgendwo inventar auf ihr ja versteht natürlich welche munition wir für was haben und so ich habe das kind freigeschaltet wo geil alter ich habe keine ahnung was du gemacht hast was da auch nein hä jetzt habe ich wieder 67 leben ja irgendwie heilt man sich anscheinend ein bisschen oder unten kommt so weit die kommt wo denn ich schieße alter der hat immer zwei schuss und ich habe auch noch hast du den den joben oder kommt der große kommt der große er ist wieder runtergefallen er steckt hier drin er war der war der war gefangen der sind in schnee gefallen oh sofort gesundheit fühlst du dich schwach halt sofort hier ist gesundheit brauchst du gesundheit hier ist gesundheit ne ich kann die auch nicht mitnehmen ach so ach so na gut dann sind wir beide jetzt ja die pros brauchen keine gesundheit also wie viel gesundheit hier liegt alter vater na gut man kann ja auch noch zu viert spielen hier also kannst du auf diese blöcke zerstören da anderer seite ja oh oh da ist er und den sollen wir mit unseren kleinen festen kaputt machen was was das ist gonna hurt ja bisschen vielleicht aber und noch her wo ist er denn ah ja alter ich mache richtig viel schaden aber immer in bewegung bleiben immer in bewegung bleiben der geht der gelob ich er merkt schon wir machen dem richtig verschaden also ich kann durch ihn durchrennen und er kriegt es nicht aber ich kann jetzt die munition moment jetzt kommt auch noch kleiner untertan halt da er ist ein boss weit hier die erster boss die andere die sind jetzt sind ja die zu sind jetzt um wirklich viele Ah, ja, warte. Aua. Aua. Ja, komm. Oh, ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Ah, ich hab keine Munition mehr. Äh. Ja, Nahkampfer. Was soll Nahkampfer? Auf ihn. Aua, der 5. Ich hab einmal getroffen. Aua. Ich hau einfach rauf. Ja, Nahkampfer, du win. Alter, ich hab siebsten Leben. Ich hab 14 Leben. Nee, ich hab mal ein bisschen mehr. 13. Scheiße. Okay, ich muss, ich muss. Der ist echt tot, Till. Hau rauf mit. Hau mit rauf. Ja. Hau mit rauf. Ja. Ich muss mir grad leben. Oh, ich bin level 2. Ja, ich auch. Alter, was hier alles liegt. Lalalalalala. Okay. Eins haben. Geld. Der große Daumen. Anscheinend, ja. Warte mal, haben wir nur eine Waffe gekriegt? Nein. Nee, ein Level, ich bin level 2 und hab mehr Leben. Ja, ich auch. Kann man nicht auch irgendwie skillen? J. Token, Token einlösen? Loll. Ah. Warte. Badass Rank. Wähle eine Belohnung. WTF, schließ eine Herausforderung. Wuuuuss. Bist du gerade hoch? Ja. Ich bin auf J gegangen und dann kann man da irgendwie Badass Token, Token oder sowas. Und dann kann man Token einlösen und dann steht da irgendwie Kritischer Trefferschaden. Loll. Oh. Äh. Jetzt hab ich's angeklickt. Und jetzt? Was hab ich denn genommen? Ich hab jetzt möglicher Elementareffekt plus 1% genommen. Wollte ich gar nicht. Ah. Okay. Ähm. Ja. Ich, nicht draufklicken. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es irgendwie eine Beschreibung noch zu gibt, aber. Ob. Keine Ahnung, was das bringt. Okay, wir gehen mal weiter. Boah, so ein Leben hier liegt Leben. Nein, ich bin voll. Ja. Ich bin voll. Und ich hab wieder Munition. Bekommen die jetzt, ja. Ich auch. Und. Okay, dann gehen wir mal durch. Das ist Hyperion-Technik. PC-Fact. Und. Esst mir dich. Äh. Oh geil. Hier, nimm mich. Scann mich. Fium. Fium. Ein Gringlingsalarm. Oh. Ahahaha. Ich glaub, das hätten wir nicht gemacht. Ähm. Hallo? Äh. Geil. Echt? Boah, wär's endlich typische Lady hier. Geil, ne? Ja. Echt hier hochspringen? Ja, geschirren. Das ist der Vorteil. Alter, ich wär fast zerdrückt worden. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Ne Waffe wär geil. Gib mir ne Waffe. Ist das bei dir Waffen? Oh, hier sind Waffen. Oh, geil. Wo denn? Warte mal kurz. Nimm mal nicht auf. Nimm mal nicht auf. Warte mal, das ist nur ne Shotgun. Die Shotgun. Ja, das ist nur ne Shotgun. Nimm du die mal. Ja. Oh, jetzt hab ich's. Ah, war geil. Geil, nimm mal. Hier ist noch Muni. Nimm die Muni mit. Oder hast du voll? Das ist, ja. Warte mal, was ist das auf der anderen Seite? Ne, das ist gar nichts. Da oben ist noch was drauf, aber ich weiß nicht, was es ist. Ist ja alles leer? Ja. Was hier oben ist noch was drauf? Ne. Okay. Tö, 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 tö. Spielfeld auch mal. Netter. Update. Tab. Belohnung ist noch erfüllt. Okay. Du hast Claptops Auge gefunden, aber jetzt braucht er jemanden, der es ihm wieder einsetzt. Dieser jemand ist. Sir Hammerlock, der gegenwärtig in dem Städtchen Laiasburg residiert. Claptrap wünscht, dass du dich sofort dorthin gibst. Schwierigkeit hart. Okay. Haben wir alles? Ja, war. Ist da nicht schon irgendwas von Skillsystem oder so? Das gibt's doch auch. Das kann doch nicht nur das hier sein. Herausforderung. Na, egal. Ah, boah, der labert so viel. Oh, jetzt reißen wir. Wow. Geil. South on. Oh, eine geile Waffe. South on. Schiff. So. Achso. Ah, warte mal. Was ist denn? Ach, hier. Ich hab das Skillsystem gefunden. Ja, dann zeig her. Wo hast du das? Tab. Und dann kannst du oben anklicken. Da gibt's so verschiedene Sachen. Und dann ist das... Dieses komische Fadenkreuz ist dann... Da kannst du's... ...Gilbenpunkte vergeben, aber... Ich hab keine. Ja, ich auch nicht. Oh. Holala. Was ist denn da runter da? Der stirbt ja nichts. Geronimo! Echt, gibt's keinen Fallschaden? Es stimmt, es gibt keinen Fallschaden. Haha. Oh, da sind so ne Viecher. Alter. One-shot-Kill. Wie einfach hier vorbei. Aha. Hammer. Nicht schlecht, ey. Glaub, die wollen jetzt... Nee. Ich glaub, wir müssen hier rein. Da unten. Oder? Ja, aber da unten ist noch... Echt? Ist da was? Ja, da ist so ein Stein, den man zerträumen kann. Egal. Ich geh mal hin. Warte, ich geh mal hin. Du... Du Assi. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an. Dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Wow. Könntest du Flints Männer für mich killen? Ein schwarzes Loch ist hier. Ach, geil. Die Löcher sehen irgendwie so aus, als wenn da was rauskommt. Ich bin halt einfach über die Mauer geklettert. Einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Oh, lol, lol. Schlimmzauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was er zerbricht. Ich treff den gar nicht. Lol, wenn ich den nicht treffe. Ah, tot. Aua, weih. Aua, wo ist denn der? Es ist ein Ding, am Schießchen. Aua. Der lebt noch. Oh, hier ist Ammo. Hier kann man sich Ammo kaufen. Yeah, man. Oh. Ich hab nicht mehr so viel Money. Los, mach ihn kalt. Ach, hier ist ja noch einer. Nee, gar nicht. Alter, wie viel Schaden du denn machst. Ja, voll geil. Alter, richtig krass. So, gibt's jetzt hier Munition? Warte mal, grunäblicher. Hier gibt's, äh. Warte, hier ist nichts. Da hinten ist noch was. Warte kurz, ich komm mal nur kurz lesen. Oh, wohnen. Nein, na, Frau im Tor war noch so ein bisschen. Also, es eins. Okay. Oh, zwei, du da. Okay. Sind das beide weg? Was? Sind das beide weg? Ja. So, was, kann man das bedienen? Nein, kann man nicht. Okay, ich glaub, hier kann man nichts machen. Na, hier an diesen Automaten kann man sonst... Oh, oh. Wenn sie funktionieren, könnte man sich hier was kaufen. Komm her, ja. Ja, bin nur da. Aber hier passiert nichts, wenn ich da ranziehe. Oh, dann müssen wir laufen, oder? Laufen wir. Da vorne steht da was. Warte. Da ist er, her, hier, er liegt da. Da, drüben, drüben, drüben. Nein, du nicht, dich kennenzulernen. Kammerjäger, ich bin so. Hallo. Ha, 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 ha. Und dieser Bild schon hat mich. Stets zu diensten. Yeah, wo sie dann? Weil jeder? Alter, oh, ich bin nach Sterben. die gekillt hast, weil du eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Vanditen besiegt und glaublich ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen, wenn du mir jetzt bitte das Roboter Auge geben würdest. Geil, kann man hier rein? Nein kann man nicht. Man fängt das. Geil. Man fängt das? Kannst ein bisschen spannen. Ja. Voll geil. So und jetzt? Gib Hammerlock Laptrons. Hast du das Auge? Ich weiß gar nicht. So. Hast du es? Ja ich weiß nicht ob wir das immer beide haben oder so. Also ich bin auf dem Dach. Oh jetzt setzt er das Auge wieder ein. Kann ich mich eigentlich ducken? Nein. Fabi guck mal aufs Dach. Lol. Dafür mussten wir zu ihm. Hätte ich ruhig kommt. Ich lebe. Yeah er lebt. Huhu. Untertan. Ich habe mein Augenlicht wieder. Und du bist rechtlicher als ich dich in Erinnerung hatte. Zeit dass wir uns mit den Crimson Raiders den Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier außen nur Trottel und Mörder. Wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Wann? Ist die Mann? Ja sah ich wirklich chills. Hä ha. Hat es El deterred. Das contar. Oh da Mommy. そう was bedeutet es ja auch. Welches gelểt. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Anybody Dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich bin dann wieder zu leberhaft, was? Tut mir leid. Ha, fight back. Du siehst du ja. Hä, was denn jetzt? Na los, funktioniert schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Oh. Sprich stattdessen einfach mit mir. Sprich einfach mit mir. Ich spreche mit dir. So, säubere Berg. Ähm, äh, rette Lyra's Berg oder so und triff dich mit zu Hamalok. Alter, nimm den nicht gleich an. Nein, ich hab... Du hast angenommen, oder nee? Nee, ich hab Mission erfüllt. Okay. Soll ich hier fahren? Nee. Das ist eine Belohnung. Es ist nur Platz für eine tödliche, zweibeinige, vom Affen abstammende Spezies. Belohnung ist eine Waffe. Geil! Annehmen. Müssen wir uns jetzt wieder, äh, gegenseitig? Nee, warte mal. Hä? Äh? Okay. Warte mal kurz. Äh, Mission. Und was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir zwei Missionen angenommen. Einmal, diese Stadt ist nicht groß genug. Schwierigkeit hart. Was ist ein... Also, hart ist schwerer als schwer. Okay. Wir sollen einmal, hat dich angehäut, um Laisberg von Bullmunks zu befreien. Zwar wurden die Einwohner in der Stadt von bla bla bla. Oder, nachdem Handsome Jack dich in dein Schicksal blassen hat, entkamst du der Käthe und trafst dich auf einen bla bla bla, Vielzweckroboter, den letzten seiner Art of Pandora. Er nahm dich als Handlanger an seine... Ich will das lesen. Als Handlanger... Wo war ich denn jetzt? Nee, das ist falsch. Hier. Handlanger an seine Dienste. Du sollst ihm helfen, Jack zu töten, den Krieger zu vernichten und Pandora zu retten. Oh, so viel Text. Wollen wir erst das leichtere oder erst das schwerere machen? Welches? Nee, halt, Moment. Achso, nee, es gibt... Achso, das eine ist eine Story-Mission und das andere ist eine optionale Mission, bei der man eine Waffe kriegt. Und ich will auch eine Waffe haben. Na, lass mal das zuerst machen. Da sollen wir einfach nur... Die Dinger töten. Genau. Erledige die Bullmunks in Liarsberg. So, hab ich das jetzt markiert? Schließen? Ich glaube, das ist automatisch markiert. Guck mal da, auf der Karte, da oben, das, glaube ich. Lalalalalal. Hä? Weil, äh, nee. Hä? Achso, da ist was markiert. Wollen wir mal, oder? Wollen wir mal, wo ist eine Karte? Ist M Karte? Lall? Drück mal M. Hä, was ist das? Spiel Azeto? Areal, Ziel, selber Fried... Welche ist das? Ach, da müssen wir hin. Welche Mission habe ich da jetzt angenommen? Wie heißen die? Ja, äh... Achso, ah nee, achso, das sind zwei Stellen. Einmal der Friedhof und einmal der Teich. Ah, okay. Das heißt, wir müssen irgendwie in die Richtung hier. Das heißt, wir müssen einfach um in die Richtung. Ich swege. Horします, das ist einfach um das die Richtung. Ansonły war, der Teich, da ist hier, die Richtung, der Tür sog ist ein lerad. Aber ich werde nicht ganz einfachen, denn dann einmal wieder, und ich werde wieder aufn chamber und ich werde natürlich hierty Felwärtsścibirze restaurants contains.